Da hast du deinen Scheißhacken. Du spielst nur E-Drums, oder? Nein, ein bisschen. Okay, das ist ein kleiner Ton. Ja, wir können. Wenn Felix und ich zusammen spielen, sind wir ein astrales Hip-Hop-Rhythm-Group. Du kriegst gleich eine Zigarette. Ja, das ist geil. Ich hab jetzt auch noch keinen Bock mehr jetzt. Warte die Scheißhacken. Lass uns den Song machen. Bist mal jetzt. One, two, three, five.